Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht um die Salsa. Wir tanzen mal einen ganzen Grundschritt vorweg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Im nächsten Grundschritt tanzen wir ein Cross-Poly-Lieb. 1, 2, 3, dreht sich der Herr zur linken Seite weg, nimmt ebenfalls seinen linken Fuß etwas weg und die Dame geht nun am Herrn vorbei. 4, 5, 6, löst der Herr die Haltung. Ein Rückwärtsliegeschritt für die Dame und eine Drehung rechts der Rund für den Herrn. Er wechselt dabei auf dem Rücken die Hand. 1, 2, 3, dreht sich um. Jetzt zeigen wir es nochmal. Ein ganzer Grundschritt vorweg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der nächste Grundschritt. Aufklappen zum Cross-Poly-Lieb. 4, 5, 6, die Haltung lösen. Seine Drehung. 2, 3, die Dame dabei umdrehen. 3 Laufschritte für die Dame vorwärts mit dem rechten Fuß begonnen. 3 Laufschritte für die Dame rückwärts mit dem linken Fuß begonnen. 4, 5, 6. Ein Wiegeschritt für die Herren vorwärts mit links. Ein Wiegeschritt rückwärts für die Dame mit rechts. 1, 2, 3. Wir drehen sie um. 5, 6. Und geht erneut in den Grundschritt. Wir zeigen es ganz komplett nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Drehung. 1, 2, 3. Umdrehen. Lauf, 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 Liegeschritt. 1, 2, 3. Da rausdrehen. Und in den Grundschritt. 1, 2, 3. Wir zeigen es noch einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Alex hat mir aber scheiße gesagt. Das sehen wir hier aber nicht übel. Viel Spaß beim Übeln. Tschüss. Tschüss. Tschüss.